Was machst du, Lena? Äh, ich bin hier und gemacht jetzt mal. Also Liedendaten und so. Ah, es hat Liedendaten. Ah, ihr seid die NASA. Äh, nee, Lied. Ihr seid der russische Geheimdienst. Würde ich gern, aber nee. Ah, okay. Habt ihr euch kennengelernt, die beiden? War es einfach in Moskau? In Valencia. Was habt ihr gemacht in Valencia? Amtlich und kühl und hab ich ihr meinen Pullover gelegt. Ah, ist das süß. Habt ihr das alle gehört? Es war kalt. Die hat sofort die Pullover geschenkt. Es hat sofort begonnen mit Bestechung. Sofort gecheckt, ja, für den KGB muss man käuflich sein. Sehr gut. Wie hast du ihr deine Nummer dann gegeben? Durch einfach ehrlich geschenkt und weitergegeben. Bist einfach weggefahren. Ja, das ist einfach eine richtig dumme Idee. Hast du dich sehr gefreut, dass ihr gekommen ist? Oder wie viele Pullover hast du vorher schon verschenkt? Und dann hast du jetzt ja aus Aachen kommst. Bist du auch aus Aachen? Weil damals schon in Berlin. Ah, und du wohnst jetzt auch in Berlin? Ja, genau. Geil, Mann. Du hast jemanden gefunden, der dir nicht nur ein Pullover gibt, sondern auch noch einen Mietvertrag gibt. Ja, genau.